Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, ich bin Christina. Dieses Video ist der dritte Teil von dem Thema Ernährung und Verdauung und befasst sich mit der Verdauung der aufgenommenen Nahrung. Es veranschaulicht, wo und wie unsere Nahrung im Körper zersetzt wird. Verdauung allgemein bedeutet die Zerkleinerung von Nahrung und Zersetzung durch Enzyme, sodass die darin enthaltenen Nährstoffe wie Proteine, Kohlenhydrate und Fette vom Körper aufgenommen werden können. Vitamine und Mineralien kann der Körper direkt aufnehmen. Hier habt ihr einen Überblick über den Verdauungstrakt. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.